Yo, Servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren auf Yasin und Adavea Paracetamol-Office-Video-Icon4. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Checkt immer gerne ab, auf was wir schon alles reagiert haben. Und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Paracetamol, die beiden, die Kombi ist da. Bin gespannt, ich erwarte Melodien, ich erwarte krasse Melodien. Schauen wir mal, schauen wir mal. Die beiden sind ja, haben es bis zur Villa auch geschafft. Respekt auf jeden Fall auch für die Leistung. Fand deren beste Leistung war, boah, weiß ich nicht, Cypher war auch schon krass. Melodie war auch schon gut. Die haben auf jeden Fall auch abgeliefert, haben gezeigt, dass die was drauf haben. Wir gehen kurz in die Infobox. Zack, 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 Mixmastering von Sesso, Videoproduktion steht hier. Zack, okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein, bin gespannt. Ihr wisst Bescheid. Ufo361 Okay, ist das auch was Deepes? Also ich habe schon auf Kiris reagiert. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst online kommt. Kiris war auch sehr Deep. Könnt ihr auch gerne die Reaktion abchecken. Das hört sich auch Deep an. Schauen wir mal. Bruder, ich finde das Video gerade so zum Sound unpassend. Wenn ich das jetzt auf stumm mache. Guck mal. Hier. Man könnte, man denkt, die machen jetzt aggressiven Sound. Die rasten aus. Jetzt geht's ab. Die ballern los. Du musst da so einen Weg entlang gehen, Bruder. Mit schwarz-weiß. Mit einem Meer. Mit keiner Ahnung was, Bruder. Das sieht aus mit diesem Sportwagen. Als würdest du jetzt hier diesen Beat zerfetzen. Das ist irgendwie so unpassend. Weißt du? Okay, Ada, der gibt auf jeden Fall gerade Gas. Der gibt auf jeden Fall gerade Gas. Hört sich okay an bis jetzt? Hört sich bis jetzt okay an. Also ist jetzt irgendwie nicht schlecht. Aber bis jetzt auch nicht für mich krass. Schauen wir mal, was noch kommt. Der hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass der schöne Melodien bauen kann. Ich hoffe, jetzt kommt auch eine. Bruder, ich dachte jetzt, guck mal, die erste Hälfte dachte ich mir geil und dann, guck mal. Hier ist cool und dann geht der hoch mit der Stimme und dann fühle ich nicht mehr. Nein, wir sind schon längst verloooon. Das passt irgendwie nicht mehr zu dem Teil davor. Das, was Ada, wer hier wieder gemacht hat, das hat mir dann doch gefallen. Das, was Yassin da mit seiner Stimme gemacht hat. Bruder, das ging so schön über in diesen Parten von Ada, wo ihr euch abwechselt. Aber diese eine Stelle, wo der hochgeht mit der Stimme, finde ich krass unpassend. In der Tiefe lachen muss sein, doch die Lage ist miese. Zu viel verloren, zu wenige Säge. Es hat keine Ziele, hol lieber ein paar Scheine. Geh dann rein und lass Mama alleine. Sag nur warum, wofür diese Scheiße. Sprühe bis ans Hände und guck, wer mir bleibt. Wer blieb leise vor Gericht. Hab seit Jahren die gleiche Sicht. Reicht durch Rapscheid 1 ins Biss. Wie weit ich komm, das weiß ich nicht. Wisst ihr, was mir ein bisschen in den Parts auch stört? Bei Yassin auch jetzt wieder fällt es mir auf. Er flowt zu lange, zu gleich und zu schnell und zu durch. Es ist so ein eigentlich gar nicht so krasser Beat, wo du so durchflown musst. Du kannst auf diesem Beat auch durchflown. Du kannst aber auch schön mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Du kannst hier so schön ein paar Flowwechsel einbauen. Aber guck mal, seine Flowwechsel, wo sind die? Ziele holen, lieber ein paar Scheine. Geh dann rein und lass Mama alleine. Sag nur warum, wofür diese Scheiße. Sprühe bis ans Hände und guck, wer mir bleibt. Wer blieb leise vor Gericht. Hab seit Jahren die gleiche Sicht. Reicht durch Rapscheid 1 ins Biss. Wie weit ich komm, das weiß ich nicht. Nein, ich weiß nicht mehr wohin. Es ist immer, es ist zu wenig Pause zum Beispiel. Es ist einfach nur durchgehend durchgefloat. Es muss nicht immer der gleiche Flow sein, aber es ist... Kleine Veränderung, aber immer durchgefloat, immer durchgefloat. Weiß ich nicht. Reicht durch Rapscheid 1 ins Biss. Wie weit ich komm, das weiß ich nicht. Nein, ich weiß nicht mehr wohin. Weiß nicht mehr, wo lang ich lauf. Lass die Zeit langsam vergehen und die Dinge nimm seinen Lauf. Paracetamol, hab abix das Bulmischon. Wollen nur hier raus, nein, wir sind schon längst verloren. Guck mal, diese Stelle, ne? Der Anfang ist so gut. Langsam vergehen und die Dinge nimm seinen Lauf. Paracetamol. Hab abix das Bulmischon. Wollen nur hier raus, nein, wir sind schon. Die Höhe da, die hätte da nicht sein sollen, meiner Meinung nach. Ich bin ehrlich, dieses Durchflow hat mir nicht gefallen. Die eine Stelle in der Hook hat mir nicht gefallen. Ein paar Stellen, die mir gefallen haben, ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das nicht abgeliefert. Also meiner Meinung nach nicht. Es ist jetzt, nach meinem Geschmack, ich kann euch das so sagen, würde ich den Song jetzt nach der Reaktion nochmal hören, nein. Und was heißt das dann so für mich, dass mir das Ding nicht so gefallen hat? Meine Meinung. Trotzdem, schreibt mir rein, wie ihr das Ganze fandet. Geht ja noch ein bisschen hier. Video ist auch wichtig, Bruder. Du kannst nicht sagen, scheiß mal auf Video oder so. Warum machst du es dann, weißt du? Man kann jetzt nicht einfach sagen, scheiß mal auf Video. Ich achte ja auch auf sowas. Video ist sehr wichtig, damit dein Song auch gut durch die Decke geht, wenn du ein geiles Video hast. Fand ich auch unpassend. Bin ich ehrlich, fand ich auch unpassend. Sowas, was zum Beispiel Kiris gemacht hat, das war passend zu so einem diepen Ding. Aber okay. Freunde, das war es mit der Reaktion. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das gerne einen Daumen nach oben. Da abonniert den Kanal. Ist euch überlassen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung noch rein, wie ihr das Ganze findet. Also Hook hatte gute Stellen, aber auch, naja. Es war für mich immer so brüchig. Nicht so, das war geil. Und dann immer so eine Stelle, die ich nicht geil fand. Und das ist halt scheiße, wenn du einen Song dir geben willst. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.